Bisschen aufpassen, hier sind auch wieder keine Geländer. Die Nicht-Einhaltung der Bauvorschriften ist wirklich schläflich hier. Kein Wunder, dass hier alles zugrunde gegangen ist. Und das passiert, wenn ihr eure Bauvorschriften nicht einhaltet, liebe Kinder. Deswegen immer Bauvorschriften einhalten. Doch, benutzen wir mal. Hätte ich da drüben noch rüberspringen können, das sieht jetzt nämlich so aus, als wenn ich jetzt... Mach ich gleich mal. Ich guck dir noch kurz ein paar. Hm, das sieht so aus, als hätte ich da drüben doch rüberspringen können, sollen tun. Abfall. Was? Das ist immer absurde jetzt hier. Jetzt finde ich schon Abfall. Was? Okay, was? Was? Ich verstehe nicht, was? Ich hab' nicht genau verstanden, was er gesagt hat. Ich bin... was? Ja, das ist ein Zauberer. Ich stelle doch gleich mal ab. Ich seh' noch ein Zauberer dabei. Wie hier sieht alles, doch da oben ist einer. Glaube ich. Wir hören die Treppen einfach auf. Ich kann nicht erst mal hier hochgehen und den Magier töten. Führe das mich zu dem Magier. Das sieht aus, als würde ich mich zu dem Magier fühlen. Ich verstehe die Maske ehrlich gesagt nicht. Also... Ich hab' auch nicht verstanden, was sie gesagt hat. War das irgendwas, dass man hätte verstehen können? Ich verstehe mir doch mal, denn ich kann mich nicht in den Ofen stellen. Äh, in den Ofen. Ich hab' zu viele Wege und ich weiß wahrscheinlich nicht, mit welchen ich leben soll. Ich wollte erst mal nach oben gehen, also geh' ich erst mal nach oben. Was? Ich verstehe es einfach nicht. Was? Ich verstehe es nicht, was ihr mir erzählen soll. Ich verstehe auch die Maske nicht. Es ist... Gucken wir erstmal mal ganz nach oben, bevor wir dann wieder... Ne, da war ich schon, weil da liegen tote Gegner. Okay. Dann ist das Ziel, also da rüber zu springen. Die haben's aber noch mal die Mühen nach oben gedreht jetzt, ne? Wappenschlüssel... Wappenschlüssel... Okay... Was ist denn da mit? Eine Wappenschlüsseltür öffnen, nehme ich an. Ähm... Sehr gute Verdi-Gut-Mask. Sagt die Verdi-Gut? Hm... Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass ihr das sagt. Ich... Muss ich den Witz verstehen? Oder ist das wirklich einfach nur, du wirfst die Maske und sie sagt dann halt... Dann geht's da nicht mehr weiter. Und dann geht es immer noch da weiter Finstere Nebel Klingt nach Zauber Ich habe das Gefühl, ich hätte da drüben doch noch rüber springen können Hä? Achso, das ist innen War das Feuer da unten oder war das da oben jetzt? Tür vom Wappenschluss in der Nähe vom letzten Bot Das ist schön Also in der Nähe vom Drachen Oder was ist Es ist ein bisschen ungünstig, wenn du mir erst sagst Weil der Drachen jetzt ins Boss hier machen sollte Dann ist das so ein bisschen jetzt bewirrend, wenn du sagst Wollen wir hier aber nochmal gucken Warten dat Wo wäre die denn gewesen? War das nicht hier schon irgendwo? Wollen wir einfach weiter unten Mh, wenn ich mehr Sachen sagen kann, dann kannst du den Movie-Player rinzen Okay Achso, weil man ja da sonst nix sagen kann Wo war denn das jetzt? War denn der Punkt, wo ich einfach so lang vorbeigelaufen bin, weil ich mir nicht sicher war? Wollen wir das denn auch noch sagen? Wie prob ich den Tag rein? Ah ne, das ist noch Der aufgewählte Zaubererkopf natürlich Das ist wie der aufgewählte Kopf, nur einfach Zauberer nehme ich an Wäh Äh 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 unlustige, ähm, das wäre das Licht. Was soll mir diese Nachricht jetzt sagen? Ich weiß nicht ob du hier zur Tür kommst oder ob du an der anderen Seite hinkommst. Bei dem mit dem Schwert, ach toll. Ich geh jetzt erstmal noch hier lang. Hallo. Das ist eine Heilungmaske, okay. So, finde ich hier die ganzen Masken oder was? Moment, da war ich schon? Ne, hä? Hallo? Da war jemand vor mir da. Das ist ein Unsinn. Das ist keine Mimikkiste. Ich sag da Zimmer drauf. Finstere Kugel. Ich dachte, da soll Licht werden. Ich geh jetzt auch nicht weiter. Ne, den Sprung schaffe ich nicht. Da bin ich mir sicher, dass ich den Sprung nicht schaffe. Gut, ich hab eine Maske und einen Zauber gefunden. Ja, geil. Hat sich ja direkt, äh, nicht gelohnt. Ich geh jetzt auch nochmal raus. Dann denkst du wohin. Okay. So, frage ich jetzt, wie komme ich wieder zurück? Ne? Moment. Eh, Moment. So rum, ich zurück, glaub ich. Nein, 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 nein! Alles gut. Alles bestens Dann da rüber springen nehme ich an Ja, ich glaube ja Ich hasse dich auch, Spiel Ich hasse dich auch Ich weiß nicht, wie wir die Scheiße es wiederfinden Ach ne Spring halt nicht, wenn ich leertaste drücke Ich dachte, ich bin noch so im Kopf, aber ne, ist nicht so eine Schade So, Frage, wo ist jetzt Wo sind meine Seelen Ich versuche Seelen Für einsame Stunden zu zweit Ach, meine Seelen Da sind sie ja die Guten Wo war jetzt der Weg nach oben Unten habe ich ja hoffentlich alles Also muss ich da nicht mehr hin Ja vielleicht bin ich ganz sicher ja doch ich glaube das sieht schon ganz gut aus ja perfekt ich kenne mich halt aus die nächste note davon das geht gar nicht das jeder jahr nicht ich habe 40.000 ich bereuchte ich denn 56 ich will sehen habe ich jetzt auch gerade nicht dabei nehme ich an aber weiß 56 oh das sind 10.000 pro jetzt habe ich wirklich nicht genug um das nochmal zu bekommen beziehung ok das versteht irgendwie besser als das war ich glaube alt im moment der aufzug ist da unten ok alles gut ja gut 15.000 sehen ja zwischen gar nicht mehr so viel war am anfang mal mehr am anfang war 15.000 sehen mal richtig viel zwischen nicht mehr so sehr so ist dann magier bin ich ganz sicher ich glaube das sind zwei magier sogar ja gut das war jetzt ein kurzes vergnügen ja ich habe das gefühl wir werden das extra gebiet heute nicht abschließen kannst du ja bis in den nächsten zwei wochen da überlegen ob es noch irgendwas gibt das ich holen kann holen soll will tun mach ich werde doch noch diesen ring holen nicht den schnellen weg nach unten nehmen so eigentlich haben wir es dann auch wieder nicht kann man nicht würden sie aber bitte nicht so viel schaden machen Das war die Hintreppe große Scheiße auf mich. Nachgeschaut haben wir mal da, wo die Unheißsachen gefunden haben, dass da eine Treppe auf die gemütliche Seite sein. Bin ich da nicht hochgelaufen? Bin doch da hochgelaufen irgendwo. Ist das jetzt so wichtig? Werden die Statuen gleich lebendig und greifen mich an? Was willst du denn? Schmeiße. 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 Schmeiße.